Was mir am meisten Spaß macht, ist die Bearbeitung von Werkstücke an der Drehmaschine und Feile. Ich erlehne den Beruf des Megatronikers und bin im ersten Lehrjahr. Wenn ich in der Arbeit komme, dann als erstes stempe ich ein, dann bereite ich meinen Arbeitsplatz vor und gleich bekomme ich die erste Übungsaufgabe von den Ausbildern. Die Arbeitsatmosphäre beim Baumüller-Service ist sehr nett und sehr freundlich. Das Verhältnis zu den Ausbildern ist ganz gut, die sind ja sehr nett und haben ein umfangreiches Wissen, das sie gerne mit uns teilen. Ich habe mich für Baumüller-Services entschieden, da ich im Internet eine Stelleanzeige gefunden habe. Dann habe ich mich gleich beworben und die haben mich eine Einladung zum Einstellungstest geschickt, die ich dann bestanden habe und da mir auch gefallen hat, habe ich dann auch angefangen. Nach meiner Ausbildung würde ich gerne meinen Techniker oder den Meister machen, würde mich aber auch freuen, wenn das Unternehmen mich übernehmen würde. Das Verhältnis zu den anderen Ausbildern ist ja auch super. Wir sind ja hilfsbereit, wir lernen zusammen und das macht richtig Spaß. Ich empfehle euch, macht euch schlau, sucht im Internet nach Informationen, macht Praktikums und dann findet ihr euren Traumberuf. Bis zum nächsten Mal.